Viele Hollywood-Ehen halten nur kurz. Eine Ausnahme stellt Tim Allen dar, der mit seiner Frau erst jüngst ein neues Hobby entdeckt hat. Schon seit 23 Jahren gehen Hörmal, Werder Hammert-Star Tim Allen, 71, und seine Frau Jane Heiduck, 58, gemeinsam durchs Leben, davon 18 als Eheleute. Langweilig wird den beiden offensichtlich nicht. Im Interview mit dem US-Magazin People haben sie verraten, wie sie ihre Liebe mit einem neuen Paar Hobby frisch halten. Wir gehen in ein kleines Stretch-Labor auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe, erklärte Heiduck, dass sie und ihr Mann sich seit kurzem gemeinsam dehnen. Unsere neue Aktivität ist Stretching. Wir gehen in ein kleines Stretch-Labor und dann frühstücken wir. Das Hobby stärkt wohl nicht nur die Verbundenheit, sondern auch den Körper. Ich kann tatsächlich aufrecht stehen, witzelte Tim Allen. Es ist großartig, betonte seine Gattin und schwärmte, dass es sich einfach anfühlt, als würde man etwas Großartiges für seinen Körper tun. Auch Kommunikation und Freundschaft wichtig. Das Paar setzt darüber hinaus auf gute Kommunikation und gegenseitige Freundschaft. Wir reden, nannte Heiduck einen weiteren Tipp für eine lange Ehe. Allen Unterstrich. Das stimmt. Wir reden. Das tun wir. Und wir sind gute Freunde. Die Schauspielerin und der Schauspieler sind seit 2001 liiert. Am 7. Oktober 2006 gaben sie sich in Grand Lake, Colorado, das Ja-Wort. Bei der intimen Zeremonie im Freien war nur die Familie des Paares anwesend, darunter Allens Tochter Catherine Dick aus erster Ehe mit seiner College-Liebe Laura Deibel. Die beiden hatten 1984 geheiratet und sich 1999 getrennt. Die Scheidung erfolgte 2003. Mit Jane Heiduck bekam der Schauspieler im Jahr 2009 eine weitere Tochter, Elisabeth, 15. Die Schauspieler im Jahr 2010.